Weißt du, was ich an diesem Spiel so liebe? Weil es hier nur einen König geben kann. Der Tote ist ein gewisser Joseph Salazar. Salazar war der Boss eines der brutalsten Drogenkartelle in Osteuropa. Wir bringen ihn in die Stadt. Ich habe mir immer fest vorgenommen, dass ich den Tod finden werde. Und nicht der Tod mich. Salazar wird für die nächsten zehn Jahre unser Starzeuge sein. Neues Leben unter liebevoller Aufsicht der DEA. Aber nun sind meine alten Freunde zu meinen neuen Feinden geworden. Wenn ich gerufen werde, ist die Katte am Dampfen. Wenn ich gerufen werde, geh zum Leben oder den verfluchten Tod. Du kennst doch den Spuren. Der König ist tot, dann lebe der König. Stil!